Die Dösendunkelheit Die Dösendung Die Dösendung Sie mehr Sieh! 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 Die Dösendung Sieh! 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 Schau! 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Once, you know. Hmm. Hmm. Is that your shield? Won't do you any good, I'm afraid. I wonder. Are you listening, Sora? Axel says he's willing to harm Naminé to get me. You won't let that happen, will you? Oh come now, you're Marluxia's puppet already? After I finish you, he's next. Now Sora, we've got more in common than you might think. I'd really rather not fight you. But I can't dishonor the organization, now can I? doors, 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 doors. EFFORTS Bis dahin kann ich hier mit meinen 9er Karten... Uh. Könnte ich mit meiner 9er Karte, wenn ich irgendwie was... Rausch. Darauf habe ich eigentlich nur gewartet. Ich habe ein bisschen Angst davor, was hier gleich kommt. Aber gut, Magie. Nein, er hat mich... Die Sau. Hat er mich gestochen? Ich fass es nicht. Ja, Axel ist definitiv nicht ohne. Aber ich zum Glück auch nicht. Und das hier war eventuell... Tatsächlich eine schlechte Idee, aber... Wobei, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich mache mir nur um meine Lebensenergie so langsam ein wenig Sorgen. Ich mache mir nur um meine Lebensenergie so langsam ein wenig Sorgen. Und das ist das, was ich hier mit meinem Schmerzahn zu tun. Stattdessen gucke ich doch lieber mal, dass ich hier... ...ähm... ...das Elixier einsetzen kann. Ich meine gut, den Goofy Schmetterschlag... ...dem kann er von mir aus stechen, wenn er will. Aber... ...mir geht es eigentlich nur... ...uh. Da drum. Ach, seine... Er hat aber auch so lange Kombos. Für eine normale Attacke ist das definitiv... ...krass. Gut, das ist irgendwie so, was du musst. Ok, da kann ich nur mit einer Null gegen. Aber ich hatte zum Glück grad eine Null übrig. Das ist... ...doe... ...und... ...und... ...das ganz hilfreich. Ich brauche... ...ich brauch ein wenig... ...ich brauche... ...ähe... ...hilfe. Ich probiere es einfach mal mit dem... Es ist nicht vorbei! Wo ist mein Final Elixier hin? Habe ich das aus Versehen genutzt? Wann? Oh, zum Glück habe ich es jetzt. Wo ist mein Final Elixier hin? Wo war das denn? Oh, knapp. Alles klar. Das sollte ein Stufen-Up geben. Ja, ein Level-Up. Stufen-Anstieg. Da werde ich mir definitiv... Also wie gesagt, ich schätze nicht, dass ich mein Kartendeck jetzt noch verändere. Kartendeck soll so passen. Ich brauche definitiv noch ein paar LP. Mit 515 ist das eventuell ein wenig wenig. Aber gut, Stufe 70 ist, denke ich, allgemein... Ich schätze mal, bei 99 ist Schluss, also... Du bist besser, als ich dachte, du wäre. Es war wert, dich zu retten zu retten. Me zu retten? Was meinst du? Was meinst du? Entschuldigung, ich würde mich nicht zu retten zu retten. Axel! Oh! 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 Sooo... Jetzt bin ich hier im Mokri-Raum gelandet? Was? Warum bin ich denn... ach so, weil ich da war... naja, gut. Aber immerhin, jetzt sind hier zwei Türen sogar offen. Jetzt komme ich von beiden Seiten zu dieser einen Tür. Falls ich hier in die Richtung zurück möchte und zwischendurch speichern will, Mache ich vielleicht doch einfach. Ich glaube, das mache ich auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich schätze mal, die Wege sind beide ungefähr gleich lang. Aber da auf dem einen Weg ein Speicherpunkt liegt, immerhin hätte mir das Spiel hier die Möglichkeit gegeben, außen rum zu gehen und tatsächlich nicht alle Räume machen zu müssen. Aber wie gesagt, dadurch, dass auf diesem Weg ein Speicherpunkt liegt, kann ich da auch noch kurz vorbei. Schaden kann es definitiv nichts. Und dann schauen wir einfach mal, wie es hier weitergeht mit Axel, Malusha und Co. Ich hoffe, das war das letzte Mal, da ich gegen Axel kämpfen musste. Weil das ist schon ziemlich unpraktisch, wenn man eine komplette Magie-Kombo einfach nicht nutzen darf. Und ich bin definitiv zu weit. Ich bin an meinem Speicherpunkt vorbeigelaufen. Nein, ich bin den komplett falschen Weg gelaufen. So, na gut, dann halt ohne zu speichern. Ein 4 plus? Ich habe tatsächlich hier die Möglichkeit... Oh, das irritiert mich jetzt. Ich könnte hier einen Speicherpunkt setzen. Aber... Oder doch. Na komm, wir haben genug gekämpft, ich setze mir hier einen Speicherpunkt hin. Was soll's. Wie gesagt, das wird hier jetzt tatsächlich mal Zeit, die Geschichte voranzubringen. Und... Und... Dafür... Oh, ich höre euch eigentlich auch nicht mehr. Dafür wähle ich den Weg da hinten. Auf geht's, ab geht's. You've defeated Axel. The Keyblade's power. How I've longed to make it my own. Let Nominate go! You've no chance of winning. Nominate, erase Sora's memory. But if I do that... That's right. Sora's heart will be destroyed. His heart destroyed? You can do that! I'd rather have preferred him unmarred. But he can be rebuilt, more to my liking, with time. Nominate, do it. No! Sora forgave me even... When I deceived him. So how could I destroy his heart? There's no way! I don't care what happens to me. I won't hurt Sora. I won't do it! Then you will... Do it, Nominate! I don't care. You can erase my memory. Sora! Why'd you say that? Because... Who will I look after if I don't have... Nominate? So just do it! Erase my memories! Destroy my heart! I promised! I'll always protect you! You have to believe me! Sora! I don't need any memories to take on someone like Marluxia. You bet! Even if Sora forgets it all, you can't I won't forget! Donald's right! He and I can remember everything for Sora! See? I'll have all my friends' memories. So I can piece my own together again. You ignorant fool. If Nominate uses her powers to erase your memory, you'll be nothing but an empty shell. Your heart will no longer be able to feel or to care. Just like... Vexen's pathetic imitation of your Riku. Take another guess! What? It can't be! Riku! No. Just an imitation. You're a shell. A shell who has had everything taken. Everything! What can you possibly think I ever had? Both my body and my heart are fake. But... There is one memory I'll keep. Even if it's just a lie. Whether it was a phantom promise or not, I will... Protect Nominate! Imbeciles. You would knowingly shackle your heart with a chain of memories born of lies? You would be one who has a heart, yet cast aside your heart's freedom? You turn from the truth, because your heart is weak. You will never defeat me! You'll never let you... You will never let go! You have never had to be ruined with Riku. Let's go! You do it! You do it! You don't keep it together! You do it! Feuer! 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 Dann Давайтеujygder! Dann kommt ihr das kalt vor? Es wird Alright. Mein Sch Jawier! poi 's Ja! Ja, ja! Nee,�iz Commons depende!" Die in meinem Deck hab. Wow, was geht denn hier ab? Oh. Damn. Das hat ordentlich weh getan. Gut, das war... Das war auch nicht wirklich das, was ich einsetzen wollte. Aber ist schon okay. Immerhin, ich könnte es tatsächlich jetzt schon mit etwas Glück zu Ende bringen. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich das so einfach tun lässt, aber... Äh, doch. Cloud for the win. Wenn das nicht mal ein geiles Endbild ist. Sehr schön. Und ich hab ne Trophäe verdient. Was auch immer die mir sagt. Eventuell hab ich die Trophäe jetzt gekriegt, weil ich Malusia besiegt hab. Kann natürlich sein, wer weiß. Is he gone? Du könntest sagen, das. Aber was du verletzt hast, war nur eine Illusion von mir. So, was? Ein weiterer Imitation. Er ist wirklich... in da? Ja. Ich wusste es. Ich fühle seine Macht. Er versucht, um meinen Herz zu zerstören. Gorge, wir werden ihn einfach zusammen beschäftigen. So, komm! Riku, schütze Naminé. Du bist nicht... in Ordnung? Ich muss? Okay. Alles klar. Bist du bereit? Hinter dieser Tür scheint etwas Mächtiges zu warten. Solange wir uns an unser Versprechen erinnern, können wir alles meistern. Ich kümmere mich im Namine. Versprochen. Alles klar. Wenn das dann soweit geklärt ist, würde ich sagen, versuchen wir einfach mal unser Club gegen Malusia. Jetzt gilt's also, Sora. Die letzte Schlacht. Bist du bereit? Das ist unsere letzte Schlacht. Auf geht's. Kinder, es ist Zeit.